Wow Das ist ähm. Ich bin auch sehr begeistert. Ja, zwei. Zwei gegen mich also. Das ist, man hat ein Leben. Ja, nein, ich bin tot. Wieso? Das hab ich gerade auch begriffen. Ja! Fire in the hole. Team May down. Fire in the hole. Los geht weiter. Der Modus. TB Game Design. Achso, es geht so lange, bis ein Team dreimal gewonnen hat. Ja. Negative. Negative. Zusammenbleiben. Candy. 3 gegen 3? Wo ist der Even-Row? Schade. Even-Row ist immer tot. Der will in Death-Ausrolle. Das Problem ist einfach, dass es bei mir abstürzt, wenn ich in den Modus reingehe. Jawoll. Der Bogen ist echt Instant-Kill. Der Bogen ist richtig tot. Parus. Wenn du damit triffst. Ja, einen hab ich schon getroffen. Nein, nein, nein. Ich bin fast tot. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Schaut er zu mir? Verdammt, wie erkenne ich denn, wer zu mir gehört? Keine Ahnung. Ich bin bei dir zum Beispiel. Wow. Fucking Bogen. Nasrel, wir zwei sind die Einzigen noch. Parus ist ein Gegner. Evil Earth Entertainment ist ein Gegner. Verdammt, ich bin tot. Alles sind Gegner. Yo, ich bin auch tot. Yeah. Lukas hat wahrscheinlich gar nichts gemacht. Einseitige Sache hier. Asreli hat drei Kills, glaube ich. Halte ich für Lüge. Asreli haben einen mehr, deswegen gewinnen sie. Ja. Jetzt haben sie sogar zwei mehr. Ne, immer noch einen. Wir sind zwei weniger. Oh, der hat ein Ausrufezeichen über sich. Wir brauchen dich. Ich kann nicht in den Modus rein. Es ist ein anderer Modus. Was? Ja, wir spielen gerade einen anderen Modus. Boah, diese blöden Katzen, ne? Aber es wird ein bisschen dauern, bis ich da bin. Also dieses Spiel wird auch definitiv von meinem PC verbannt. Ich brauche Backup. Teamate Down! Ich brauche Backup! Teamate Down! Was? Wie zur Hölle? Ich kann den Gegnern halt zuschauen. Das ist ziemlich geil. Ich habe Kenny erwischt. Wo ist denn der Lukas? Ne, es ist Nazrael. Das ist Lukas. Pass auf, Nazrael. Der Lukas geht auf dich zu. Er ist unsichtbar. Ganz vorsichtig. Der ist hinter dir! Hinter dir! Ich sehe ihn noch. Jetzt ist er bei dir. Ja, triff ihn bitte. Kill ihn. Meine Güte, ey. Ja, ist der Paros auch noch da. Der Lukas kann nicht zielen, der Shield. Sei still. Mach sie kaputt, Nazrael. Ja! Schön, Nazrael. Sehr schön. Dankeschön. Aber ich bin gleich hin. Der Paros, der hat den Bogen draußen. Der wird nicht so schnell treffen. Ja, der Bogen raus. Der trifft richtig... Ja, schlag ihn! Jawoll, Nazrael. Jetzt ist nur Harlekin Wachtel da. Der ist an dir vorbeigelaufen grad. Der hat dich nicht gesehen. Und der ist tot. Jawoll! Jawoll, Nazrael! Jawoll! Ja! So, 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 so! Jetzt gewinnen wir, Nazrael. Ich glaub nicht. Doch. Das war jetzt meine eine gute Runde. Ich glaub jetzt aus. So, in welche Gruppe muss ich? In welche Gruppe muss ich? Zu uns. Ja. Da... Da... Black Legion. Black Legion, genau. Das klingt eh viel cooler, eigentlich. So ein Chaos-Trupp. Oh. Was ist das denn für eine Map? Blut für den Blutgott. Schädel für den Schädelthron. Die Map ist super. Okay. Evenrose gespawnt, aber tot. Ja, weil er zu spät gespawnt ist. Nee, ich kann nicht super hoch grade. Jawoll! Er ist ein Kill. Holy crap, holy crap, holy crap, crap, crap. Ich muss ihn nachholen. Ich muss ihn nachholen. Ich muss ihn nachholen. Ich muss ihn nachholen. Der nimmt die ganze Atmosphäre aus dem Spiel raus. Okay, der Bogen ist auf jeden Fall keine, äh, lang, reichende Waffe. Ah, verdammt. Ich muss halt höher zielen. Ja. Müsste man. Wenn man wollte. Jawoll! Na? Jawoll! Das ist super, weil... Irgendwie... Ja, das dauert, weil du nicht... Äh, wir kannst die im Spiel rein. Musst nur warten. Aber es hat sich gleich erledigt. Vermutlich. Komm wieder raus. Wachtel. Na, Nasser, jetzt haben wir's raus. Jetzt gewinnen wir gegen sie. Hm, der Wachtel ist gerade unsichtbar. Ja, hab's gesehen. Ah, der Candyman, der macht mich fertig. Ja, verdammt! Wie hatte der noch 100 Leben? Wie hatte der... Nein! Oh mein Gott! Was? Ich hab aufgeholt. So, Nasser, jetzt machst du's bitte wieder gegen den... Gegen Wachtel. Ja, hab ihn! Jetzt musst du nur auf den anderen killen, der ist... Schon wieder neu. Den Candy. Ja, richtig. Nasser, die ist noch am Leben. Und die TBG ist bei uns, ja. Jawoll! Schön. 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 Black Legion! Wow! Black Legion! Ich bin da! Ich kann hüpfen! Juhu! Ja! Kann man Jetpack? Wo ist er denn? Ach, da ist er! Aber ich, äh... Wieso habt ihr eigentlich einen Jetpack? Ich hab keinen Jetpack. Ich wollt grad fragen. Aber ich hab keinen Jetpack. Ist ja unsichtbar auch Steuerung. Schlechtes Spiel, kein Jetpack. Ja, aber die anderen können sich doch auch unsichtbar machen, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Ja, richtig. Die haben Jetpack und können sich unsichtbar machen? Hä? Sehr mies. Ach ne, das ist wahrscheinlich eine andere Klasse. Die kann sich nicht unsichtbar machen, hat dafür aber... Check... Ich meine... Ich meine beide können sich hier unsichtbar machen. Wie kann man sich hier unsichtbar machen? Steuerung? Steuerung. Oh. Faktisch. Hä? Explosive, Smoke, EMP, Piercing, Explosive. Du kannst deine Köpfe austauschen. Auf dem Bogen. Mit R. Jawoll! Was? Ernsthaft? Nein! Nein! Nicht töten! Nicht töten! Nicht töten! Wieso hat der denn einen Sniper? Dieser Wachtlecht, ey. Na, schau mal dem Nazrael wieder zu. What? Lag! Was war das? Da oben ist einer. Wo ist Evenro? Habe ich dich getötet? Ja. Das hat bei mir mega gelaggt auf einmal und dann geht es weiter. Evenro... Oh, scheiße. Evenro laggt sich zum Sieg. Ja, ich glaube auch. Ich habe den gesehen da oben. Oh no, Drachenbursche. Oh no. Was? Von wo? Von oben. Der ist auf dem Baumbüpfel. Der stand aber in Deckung. Der stand in dem Moment in Deckung. Der ist auf dem Baumbüpfel. Er hat einen Sniper. Ja, ich habe ihn! Ich habe ihn! Mit dem explosiven Pfeil. Schön. Ich habe ihn erwischt und dann ist er explodiert. Bam! Oh mein Gott, vergesst du da! Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Und man glaubt es kaum. Das macht jetzt fast Spaß. Das ist cool, gell? 2-0-Führung umgedreht. 2-0-Führung umgedreht. Ja. Black Legion wieder. Jawoll. Black Legion. Jawoll. Jetzt nehme ich aber mal, äh... Haben wir mal Jetpack, oder? Siehst du, da steht auch Cloak und Energy Carbine. Und der andere hat Cloak und Track Longbow. Wie hast du die gewechselt, die Schädel? Jetzt ist der Harlequin-Wachtel zu uns gegangen und der Candyman. Maa, ich hab doch Black Legion angeklickt. Maa. Was, du wirst nicht. Das bin ich bei den Lieder-Chicken. Ne, jetzt kann ich es mir aussuchen. Wo soll ich denn hin? Black Legion. Black Legion, Beste. Maa. Willst du gewinnen, dann gehst du. Immerhin, bin ich bei Lukas. Ich lass ihn nicht alleine. Nein! Ich glaub ich kann gar nicht spawnen. We lost. Äh, was ist das? Ich weiß nicht. Ich darf nicht spawnen. Ich darf nicht zu dir, ich darf nicht zu dir. Nazrael, du musst leider alleine sein. Fail the code. Okay. Jawoll. Was? Ich hasse dich. Man wisst ja eigentlich wie spät es ist. Ich konnte nicht zu dir, ich durfte nicht. Es ist 3 Uhr und du bist bitte in der Aufnahme. Hey! Und damit ein herzliches Willkommen. Was macht ihr? Was nehmt ihr auf? Oder störe ich euch? Nö, ich störe es nicht. Wir spielen gerade ein hochqualitativer Spiel. Orion Preload. Bestes Game ever. Ach ihr streamt nicht. Ihr nehmt auch was. Beide streamen auch. Achso. Oh, cool. Was glaubst du Schönes? Oh, ich hatte bis eben gerade Besuch und hab gerade gesehen, dass mein Team-Speak noch an ist. Oh mein Gott. Guck jetzt noch mal runter live. Ich kann nicht mehr jemanden beobachten. Das ist doch lächerlich. Ich auch. Doch, ich kann doch jemanden beobachten. Ich kann den 16 beobachten. Jawoll! Kill! Boom! Auf welchem Twitch-Channel streamt ihr? Lesor. Lesor. Der ist nicht mehr da, aber das ist egal. Wie funktioniert das dann? Tja. Ja, wir haben ihn gehackt. Boah, der Glitch hat gewonnen. Wir haben ihn gehackt. Ja, wie es sein muss. Und jetzt bin ich... Jetzt bin ich bei den Lila-Typen. Na toll. Jawoll. Hey! Nichts gegen Lila. Na ja. Nichts effektives. Ich hab einen Pfeil in meinem Auge. Ich kann mich auch unsichtbar machen, obwohl ich jetzt diese... Super. Wie können die Leute springen? Einfach Leertaste gedrückt halten. Habe ich gerade rausgefunden. Mein Gott. Boing. Boing. Krass, wie hoch man da springen kann. Boing. Man ist ja Ninja. Ach so, ja. Oder so eine Art. Ja. Hast du ja ein Laserschwert. Na Burschi. Alles klaro. Ja, wo bist du? Ja, der, der Ente, der, 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 der campt schon wieder. Ente gut, alles gut. Niemals. Der Ente doch, du campst, du. Camper. Wahnsinn. Kann man hier so schön hier rumspringen. Da lebt man, glaube ich, über Lebensenergie, wenn man irgendwo runterfällt. Ninja. Hä? Was? Ninja. Hat der mich unsichtbar gemessert? Scherz. Ein wahrer Skiller. Die Laufanimation von den Figuren ist auch so erstklassig. Ah. Lukas stirb. Candyman macht gerade den Pistolero. Verdammt. Nein. Habe ich dich gekillt? Nein. Äh, nein. Nein. Evenro. Jawoll, Evenro. Ja, bitte. Mit luck, auch mehr nicht. Ein krasses Duell. Wie weckt man nochmal die Schussdinger von? Was ist das für ein merkwürdiges Spiel? Mit R. Mit R. Es ist ein sehr merkwürdiger. Normalerweise laufen auch noch Dinosaurier rum. Also. Wieso? Ich hätte jetzt gern Dinosaurier. Oh ne, bitte nicht wieder Dinosaurier. Doch die sind so toll zu steuern. Derjenige, der das streamt, bewegt sich auch unglaublich viel. Der steht die ganze Zeit nur da und schießt. Ha. Camper. Der ist noch nicht einmal gesprungen. Warum springt der nicht? Okay, mein Ton hat sich grad weggeglitscht. Jetzt spring doch einfach da hoch und messert den Typen. Ich hab keinen Spielton mehr. Mach das doch nicht so lange. Ich hab keinen In-Game-Ton mehr. Spielt der mit Lenkrad? Nee. Lügt doch nicht. Alter. BOOM BITCH! Die Harlequin-Wachtel. Wo ist er denn? Krasser Treffer. Krasser Treffer. Sauber. So, Explosive dran. Ich hab irgendwie ne Mail von Firefall gekriegt. Ihr Heldenmut wurde zur Kenntnis genommen. Als Ausdruck unserer Dankbarkeit für Ihre Reform wäre die Unterstützung im Kampf gegen die Black Legion. Erhalten Sie kostenlos 7 Tage LBF-Mietfahrzeug. Nice. Der rennt nicht. Hm. Das hätten wir heute in der Aufnahme gebrauchen können. Ja. Denke ich auch so. Wahrscheinlich weil ich zweimal durch den Berg geflogen bin. Als Entschädigung. So. Die Explosive-Pfeile sind echt so gut. Nee, die sind schon nicht schlecht, aber ich finde die anderen noch besser. Die anderen killen halt immer so instant. Wenn du triffst. Ja, die Pfeile treffen aber auch, wenn du nicht triffst. Wie zum Beispiel grade eben! Boah war das ein Kill! Ich hab den aufgenommen!! Oh mein Gott! Häh? Oh ho 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 destac. Alter. Der kommt so hart in Zeitlupe nochmal. Oh! Was? Was? Der kommt so hart in Zeitlupe nochmal. So hart. Das geht auch. Das habe ich jetzt voll nicht kaum gesehen. Alter, das war ein Kill, du. Die ganzen Camper da, ey. Oh Mann, ey. Ja, nützt denen nur nichts. Naja, ein bisschen war es schon. Gleich kommt noch hier Quake, ne? Ne. Das wird so geil, ne. Ne. Ja, Junge, ich werde getötet, wenn ich das noch mache. Ist nicht. Ja, dann halt ohne dich. Fickt euch. Ja, ist halt so. Ja, letztes Mal haben wir auch noch am Sonntag was gemacht. Ja, weil es war, ja, bei mir nicht. Geht nix. Und gehört auch nicht so. War toll. Wir sind gleich tot. Bin ziemlich erledigt. Nazrael, du musst das jetzt reißen. Du bist dein Letztes in unserem Team, oder? Nein. Nazrael hat es leider nicht gerissen. Ne. Ich will auch wirklich noch im Modus mit Fahrzeugen gehen. Komm schon. Wir haben uns noch nicht genug gezeigt. Erstmal müssen wir das Match hier noch gewinnen. Ob das noch etwas wird? Ja, da geht immer Mühe. Ich gebe hier meine besten Headshots. Ich habe immer wieder Zeit für ein paar Kills. Ist er schon tot? Jawohl. Kill. Jawohl. Kill. Lukas sehe ich gar nicht. Der ist links von uns. Also rechts. Candyman left the game? Candy. Er sagt sich, nee, nicht mehr mit euch. Ja, anscheinend. Hä? Oh, es fängt an zu regnen. Nein. Jetzt bringen die Pfeilz bis die Pfeilte nichts mehr. Namen. Klar, weil die der Realismus dieses Spiels. Ja. Ah, da ist der Ente. Ah. Da ist er. Da ist die Ente. Boom, Bitch. Entenjagd. Ente süß-sauer. Wo ist er denn? Da. Er zieht sich immer. Ich sehe ihn gerade nicht. Ah, gleich kommt er wieder. Da ist er. Oh, scheiße. Ich kann meinen Bogen nicht ziehen. Ich kann meinen Bogen nicht ziehen. Da ist die Ente hin. Ah. Da hinten ist er. Da hinten ist er. Jetzt werde ich doch nicht. Das macht es nur noch schlimmer. Der Ente hilft nichts. Der krieg ich auch so. Ach, so schade. Schade. Kommt eh gleich wieder. Ich habe ihn. Nein. Ah. Ich sehe ihn nicht mehr. Da ist er. Gib's auf. Der Gliedschirn gewinnt. Oh, fast. Jawohl, hab ihn. Oh, bam. Uhu, uhu, uhu. Black Legion. Ich habe es lange durchgehalten. Das hast du. Aber gegen die Black Legion hast du leider keine Chance gehabt. Dagegen kann sich niemand beahen. Ja, mit dem Team hier aus Halle-Kin-Wachtel und XX. Hallo, Halle-Kin-Wachtel ist voll gut. Von sein 99XX.